Herzlich willkommen zu unserem ersten Video zum Erkenntnisverfahren im Zivilprozess. ZPO, Erkenntnisverfahren, da liegt es nahe, dass wir erstmal mit der Zulässigkeit einer Klage beginnen. Die Zulässigkeit einer Klage ist sehr prüfungsrelevant und enthält viele verschiedene Aspekte, die wir auf unterschiedliche Videos aufgeteilt haben. Heute möchte ich Ihnen zu Beginn einen Überblick über die Zulässigkeitsprüfung geben. Die Zulässigkeitsprüfung im Zivilrecht erfolgt in der Klausur weniger schematisch als im öffentlichen Recht. Die meisten Zulässigkeitsvoraussetzungen müssen nur thematisiert werden, wenn sie problematisch sind. In diesem Video werden wir trotzdem die wichtigsten Voraussetzungen einmal kurz durchgehen. Meistens werden sie sich aber lediglich zur Zuständigkeit und zur ordnungsgemäßen Klageerhebung äußern müssen. Der Zeitpunkt, in dem die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen müssen, ist grundsätzlich der Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung. Bevor wir uns die Voraussetzungen näher anschauen, verschaffen wir uns zunächst einen groben ersten Überblick über die ZPO. Blättern Sie dafür bitte das Inhaltsverzeichnis auf. Das erste Buch der ZPO enthält einen allgemeinen Teil. Mit den dort enthaltenen Vorschriften werden wir uns häufig in den Videos beschäftigen. Im zweiten Buch ist das Verfahren im ersten Rechtszug geregelt, das exemplarisch das Verfahren am Landgericht beschreibt. Alle Regeln dort gelten auch für das Verfahren vor dem Amtsgericht, für das es allerdings einige Spezialregelungen gibt. Die meisten folgenden Bücher sind für das erste Examen von geringerer Relevanz. Am Rande streifen wir das Buch 5, das den Urkunden- und Wechselprozess regelt und das Buch 6, das Vorschriften zum Musterfeststellungsverfahren enthält. Das Mahnverfahren in Buch 7 bekommt ein eigenes Video und zum in Buch 8 geregelten Zwangsvollstreckungsrecht gibt es sogar eine eigene Videoreihe. Jetzt legen wir aber los mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen und teilen sie zunächst in verschiedene Kategorien ein. Man spricht von echten Prozessvoraussetzungen, von Sachurteilsvoraussetzungen und von Prozesshindernissen. Die Terminologie wird aber nicht einheitlich verwendet, Begriffe werden mitunter abgewandelt oder weggelassen. Wichtig ist es deshalb nicht, dass sie sich die Begriffe merken, sondern dass sie den Zweck der Differenzierung verstehen und nachvollziehen können. Wie wir gleich sehen werden, kommt es dabei vor allem auf die Rechtsfolge an, die eintritt, wenn eine dieser Voraussetzungen nicht vorliegt. Die echten Prozessvoraussetzungen, bitten wir kurz beginnen, müssen vorliegen, damit überhaupt ein Prozessverhältnis zwischen den Parteien zustande kommt. Fehlt eine echte Prozessvoraussetzung, kommt es zu keinem Prozess. Die Klage wird also gar nicht zugestellt und der Prozess wird nicht durch ein abweisendes Prozessurteil beendet. Stattdessen passiert gar nichts. Zu den echten Prozessvoraussetzungen gehört insbesondere, dass überhaupt eine Klage erhoben wird. Logisch, ohne Klageerhebung können Gericht und Beklagte von der Klage auch keine Kenntnis erlangen und es passiert einfach nichts. Das Gericht prüft die echten Prozessvoraussetzungen von Amts wegen. Weiter geht es mit den Sachentscheidungs- oder Sachurteilsvoraussetzungen. Für einige Sachurteilsvoraussetzungen ist die Prüfung von Amts wegen ausdrücklich in § 56 ZPO vorgesehen. Das Gericht prüft aber alle, nicht nur die dort genannten Sachurteilsvoraussetzungen von Amts wegen durch. Fehlt eine von Ihnen, wird die Klage dennoch zugestellt, sodass es, anders als beim Fehlen einer echten Prozessvoraussetzungen, zu einem Prozess kommt. Beachten Sie bitte, dass sich Prozessvoraussetzungen und Sachurteilsvoraussetzungen nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen. Die unterschiedlich verwendete Terminologie macht den Überblick über den Meinungsstand nochmals schwieriger. Insgesamt ist vieles vertretbar. Wenn das Gericht quasi aus Versehen zustellt, obwohl eine Prozessvoraussetzung fehlt, wird diese im Folgenden wie eine Sachurteilsvoraussetzung behandelt. Dann ist also trotzdem ein Prozessrechtsverhältnis entstanden und es kann durch Urteil entschieden werden. Wichtig ist, dass über die Begründetheit einer Klage nie entschieden werden darf, wenn die Sachurteilsvoraussetzungen, also die Voraussetzungen für eine Entscheidung in der Sache, nicht vorliegen. Es gilt also der Vorrang der Zulässigkeitsprüfung vor der Begründetheitsprüfung. Je nach fehlender Sachurteilsvoraussetzungen treten unterschiedliche Rechtsfolgen ein. Grundsätzlich ist die Klage durch Prozessurteil als unzulässig abzuweisen. Fehlt die sachliche oder örtliche Zuständigkeit, gilt aber § 281 ZPO. Lesen Sie sich diese wichtige Vorschrift bitte einmal durch. Gemäß 281 Absatz 1 Satz 1 ZPO muss der Kläger die Weiterverweisung an das zuständige Gericht beantragen. Nur wenn er diesen Antrag nicht stellt, ist die Klage unzulässig und durch Prozessurteil abzuweisen. Bei der Rechtswegzuständigkeit ist das Gesetz großzügiger. Gemäß § 17a Absatz 2 Satz 1 GVG erfolgt bei falschem Rechtsweg eine Verweisung von Amts wegen, ohne dass der Kläger einen Antrag stellen muss. Auf die einzelnen Arten der Zuständigkeit und deren Voraussetzungen gehen wir in weiteren Videos genauer ein. Als letzte Kategorie möchte ich Ihnen noch die Prozesshindernisse vorstellen. Prozesshindernisse sind grundsätzlich wie Sachurteilsvoraussetzungen zu behandeln. Sie hindern also, anders als der Name vermuten lässt, nicht das Entstehen eines Prozesses. Teilweise wird deshalb auch von Sachurteilshindernissen gesprochen. Von den Sachurteilsvoraussetzungen unterscheiden Sie sich dadurch, dass Sie nur auf Antrag, also einredeweise und nicht von Amts wegen berücksichtigt werden. Beispiel die Vollmacht einer Rechtsanwältin nach § 88 Absatz 2 ZPO. Schauen Sie bitte kurz in die Norm rein. Tritt als Bevollmächtigte eine Rechtsanwältin auf, muss die andere Partei die fehlende Vollmacht rügen, was sich aus dem Zusammenspiel von Absatz 1 und 2 ergibt. Wird bereits die Klage durch eine nicht bevollmächtigte Rechtsanwältin erhoben und die fehlende Vollmacht im Prozess nach § 88 Absatz 1 ZPO gerügt, wird die Klage als unzulässig abgewiesen. In der Klausur muss häufig nicht zwischen den verschiedenen Arten von Zulässigkeitsvoraussetzungen unterschieden werden. Wenn nur nach der Zulässigkeit einer Klage gefragt ist, muss nicht differenziert werden. Lautet die Frage aber zum Beispiel, was wird das Gericht tun, kommt es sehr wohl darauf an, ob eine echte Prozessvoraussetzung oder eine Sachurteilsvoraussetzung fehlt. Jetzt aber endlich zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen im Einzelnen. Hier arbeiten wir sie im Schnelldurchlauf ab. Zu vielen Voraussetzungen gibt es noch gesonderte Videos, der wir Ihnen dann jeweils einblenden. Zuerst die echten Prozessvoraussetzungen. Erstens die deutsche Gerichtsbarkeit gemäß § 18 fortfolgende GVG. Sie fehlt etwa bei Klagen gegen Diplomaten. Achtung aber, nur wenn die Gerichtsbarkeit offensichtlich fehlt, wird die Klage nicht zugestellt. In Zweifelsfällen entscheidet das Gericht dagegen über die Gerichtsbarkeit und muss die Klage deshalb auch zustellen. Zweitens die Erhebung der Klage. Achtung aber, nicht alle Förmlichkeiten der ordnungsgemäßen Klageerhebung gemäß § 253 ZPO sind echte Prozessvoraussetzungen. Details dazu gibt es in einem Extra-Video. Drittens die Postulationsfähigkeit gemäß § 78 ZPO bei Klageerhebung vor den Landgerichten. Wer nicht postulationsfähig ist, kann auch keine Klage erheben. Viertens § 12 GKG schreibt vor, dass die Klage erst nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren zugestellt werden soll. Teilweise wird eine echte Prozessvoraussetzung gesehen. Der Wortlaut soll spricht aber eher für eine Sachurteilsvoraussetzung. Das waren auch schon die wichtigsten echten Prozessvoraussetzungen. Machen wir also weiter mit den Sachurteilsvoraussetzungen. Erstens und wirklich ganz, ganz wichtig, die Zuständigkeit des Gerichts. Zu den verschiedenen Arten der Zuständigkeit, die sehr prüfungsrelevant ist, gibt es mehrere gesonderte Videos. Zweitens die Partei und die Prozessfähigkeit gemäß § 50 und 51 ZPO. Drittens die Prozessführungsbefugnis. Damit gemeint ist die Befugnis, ein eigenes Recht im eigenen Namen klageweise geltend zu machen. Sie liegt regelmäßig vor, wenn man ein eigenes Recht mit einer Klage gelten macht. In der ZPO ist die Prozessführungsbefugnis nicht ausdrücklich geregelt. Mehr dazu im Video zur Prozessstandschaft. Viertens keine entgegenstehende Rechtshängigkeit gemäß § 261 Absatz 3 Nummer 1 ZPO. Das bedeutet, dass diese Klage nicht schon vor einem anderen Gericht entschieden worden sein darf. Und damit zusammenhängend. Fünftens keine entgegenstehende materielle Rechtskraft gemäß § 322 ZPO. Das bedeutet, dass diese Klage nicht schon vor einem anderen Gericht entschieden worden sein darf. Sechstens die Klagbarkeit des Anspruchs. Nicht klagbar ist zum Beispiel der Anspruch auf Eingehung der Ehe aus § 1297 Absatz 1 BGB. Siebtens das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis des Klägers. Grundsätzlich wird das Rechtsschutzbedürfnis durch die Geltendmachung eines Anspruchs indiziert. Es fehlt aber beispielsweise, wenn der Kläger auf schnellerem oder kostengünstigerem Weg sein Recht genauso effizient durchsetzen kann. Achtens bei bestimmten Klagearten gibt es besondere Sachurteilsvoraussetzungen. Wichtigstes Beispiel ist hier das Feststellungsinteresse, das gemäß § 256 ZPO bei Feststellungsklagen erforderlich ist. Neuntens. Gegebenenfalls kann Landesrecht gemäß § 15a EGZPO vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens den Versuch einer gütlichen Einigung vorschreiben. In Hamburg gibt es dazu aber keine Regelung. An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die hier vorgenommene Einteilung nicht zwingend ist. So wird zum Beispiel vertreten, dass eine Klagezustellung bei offensichtlicher Prozessunfähigkeit des Klägers unterbleiben soll. Damit wäre die Prozessfähigkeit bei Klageerhebung teilweise echte Prozessvoraussetzungen und teilweise Sachurteilsvoraussetzungen. Insgesamt ist vieles vertretbar. Nachfragen hierzu wird es aber wohl kaum geben. Schließlich schauen wir uns noch ein paar Prozesshindernisse an. Was war noch einmal der Unterschied zwischen Prozesshindernis und Sachurteilsvoraussetzungen? Prozesshindernisse müssen einredeweise geltend gemacht werden und werden nicht von Amts wegen berücksichtigt. Hier ein paar Einzelfälle. Erstens die Einrede der Schiedsvereinbarung aus § 1032 Absatz 1 ZPO. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist eine Spezialmaterie. Man sollte aber schon mal davon gehört haben, dass eine wirksame Schiedsvereinbarung den ordentlichen Rechtsweg ausschließt. Zweitens die Einrede der fehlenden Rechtsanwältin aus § 88 ZPO. Das war jetzt wirklich ganz schön viel auf einmal. Dieses Video soll Ihnen vor allem dazu dienen, einen Überblick über die Zulässigkeitsvoraussetzungen zu erhalten. Deshalb keine Panik. Merken Sie sich aber bitte an dieser Stelle. Sprechen Sie in der Prüfung wirklich nur die Voraussetzungen an, die im konkreten Sachverhalt oder in der konkreten Frage angelegt sind. Das sind oft nur die ordnungsgemäße Klageerhebung und die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Es wird nicht erwartet, dass Sie wie im öffentlichen Recht stets sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen herunterbeten. Auf dem Schirm haben sollten Sie außerdem die Unterscheidung zwischen echten Prozessvoraussetzungen, Sachurteilsvoraussetzungen und Prozesshindernissen. Häufig wird es nicht darauf ankommen. Sowohl in der Klausur als auch in der Münchenprüfung kann aber direkt danach gefragt werden. Das war es auch schon mit unserem ersten Video zum Überblick über die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Klage. Details gibt es dann in den weiteren Videos. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.